so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die blitz gewitter von funke eine 25 millimeter cake ja mit sage und schreibe 499,7 gramm fast komplett ausgelastet gekauft wurde die im feuerwerk land und das ist eine schöne blinker batterie riesige blinker batterie und die testen jetzt leute ich freue mich so kauft im feuerwerk land schön alter eigentlich habe ich die damals also wo ich das video von der gesehen habe aber im kaufrausch habe ich auf die irgendwie bock bekommen blitzier wieder enttäuscht mich nicht mit dem gewitter und die habe ich mal nicht gefeiert also geil also so